Hallo, hallo, hallo. Emero hier mit einem kurzen, kleinen und bündigen News-Ankündigungsvideo. Man kann's schon lesen. Emeros Blog. Oh yeah, baby. Dazu muss man sagen, ich hatte vor knapp elf Monaten ungefähr schon mal so einen kleinen, süßen, putzigen Blog, der dann nach zwei Posts aus Grund von Schreibfaulheit und Inaktivität irgendwie gestorben ist und von Spambob... ...deutsch, Spambots, das ist das Wort, überflutet wurde. Und dann dachte ich mir, leckt mich und ich hab das Ganze wieder gelöscht. Und jetzt dachte ich mir, ich lass das wieder aufleben. Also, hab ich jetzt einen neuen eröffnet. Den möchte ich etwas viel aktiver auch dann halten und so, ne? Und ja, warum noch mal ein Blog? Viele von euch haben auch nachgefragt. Ich hab gerade in den letzten Tagen und Wochen eine Menge an Fragen darüber bekommen, ob ich sowas nicht mehr machen möchte. Gerade auch vorm Swing, wo ich auch mal wieder was machen sollte. Aber das gehört jetzt nicht hierhin. Und ja, ähm, dies hier wird nebenher auch das letzte News-Ankündigungs- Hey, ich erzähl euch was, was ich vorhabe, Video sein. Denn in Zukunft findet ihr all das hier auf dieser Seite. Hier zum Beispiel steht schon das erste so über meine Zukunft-LP-mäßig der nächsten Wochen und was ich da so vorhabe und was dann so kommt und was auch immer. Und, ähm, ja, haha, ich hab voll die Ideen und so. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, auf diesem Blog landen dann so Sachen wie, ich hab ein Gästeboot, das ist Standard-Kram und sowas. Ähm, Projekte. Ich werde über alle Projekte mal so ein bisschen was von mir erzählen mit Text und Erzählung und haste nicht gesehen und alles. Ähm, umfragen kommt alles später. Und warum erzähl ich das jetzt schon? Ich bin noch gar nicht fertig. Ähm, in diesen News hier, genau, das wollte ich zuerst erzählen, werden halt landen. Ähm, News. Oh, wie denn er aber schon sagt, also Sachen, die mich und meine LPs betreffen, das werden reinkommen. Ja, Sachen, die mich und meine LPs betreffen, aber auch halt Sachen, die nur mich betreffen. Also ich werde von Zeit zu Zeit bestimmt auch mal wieder auf so, nicht nur hier LP und so, sondern auch so ein bisschen den alten Blog anstreichen und ein bisschen was über mich erzählen. Wenn ich da mal Lust und Laune zu habe, aber das kommt alles dann irgendwann noch. Dann haben wir noch das schicke Forum mit geilem Gratis-Style und haste nicht gesehen und es ist genau wie der Blog, Hust, Hust, nochmal drauf gehen. Nur ein Grundgerüst fürs Erste. Ich werde da noch in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen anarbeiten, aber erstmal damit ihr hier schreiben könnt, diskutieren könnt und all sowas. Jetzt habe ich das erstmal so ein bisschen, ja, ähm, dahin geworfen. Nein, es steckte schon ein bisschen was dahinter an Arbeit, aber auf jeden Fall, ich werde auch in unserem Forum viel schreiben und aktiv sein, wenn ich denn die Möglichkeit habe und auch von euch ein bisschen was kommt. Das wäre so die Grundbedingung. Ähm, dann mache ich das sehr gerne mit euch. Und, ja, gibt's noch zu sagen, ähm, ich bin Mero, wir sehen uns dann in Zukunft auf dem Blog, auf dem Forum. Und das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö, tschö.